Hallihallo, ich grüße euch. Ich zeige euch, wie Sie in Blender ein Hintergrundbild anfügen können. Also, immer haben wir gestartet und dann müssen wir einfach unten den Bildern hier. Und wir können zum Beispiel unsere Ansicht einfach ändern im Auto und wir drehen die Kamera einfach nach vorne. Und dann mit N haben wir die Möglichkeit ganz unten hier unsere Hintergrundbilder einfach anzufügen. Und wir haben die Möglichkeit entweder ein Bild oder ein Film einfach anzufügen. Und jetzt gucken wir mal, wo das Bild momentan ist. Also, wir gucken. Ich möchte einfach in Ansicht einfach wechseln, damit ich besser sehen kann, was für ein Bild ich jetzt hochladen möchte. Und wir haben die Möglichkeit zum Beispiel solche Bilder hochzuladen. Und jetzt öffnen und das Bild ist schon da, wir können es noch nicht sehen. Aber ich kann euch nochmal helfen mit unserer Linse hier ein bisschen zu vergrößern, damit Sie besser sehen können. Also, Sie sehen schon wie das Bild aussieht. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit das Bild zu bearbeiten. Zum Beispiel die Deckkraft erhöhen wir nochmal, damit Sie besser sehen können. Und wir machen nochmal ein bisschen größer. Und jetzt haben wir es geschafft. Und ich freue mich auch, dieses Video mit euch geteilt zu haben. Und freue mich auch, das nächste Video wieder mit euch zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.